Die Peserkatze zählt zu den ältesten und populärsten Rassekatzen. Peserkatzen teilen sich mit exotischen Kurzhaarkatzen und Calapuengs einen gemeinsamen Rassestandard. Unterschiede weisen sie nur in Felllänge, Textur und Farbe auf Charakter und Grundzüge. Sie ist sehr ruhig zurückhaltend, zuverlässig und mit mäßig ausgeprägtem Freiheitsdrang. Somit sind die Peser auch gut ohne Freilauf zu halten. Es ist sogar von Vorteil, da diese Rasse sehr schnell zu Verfilzungen und Knötchen neigt, deshalb gehören sie auch zu den pflegeintensivsten Rassen. Eine regelmäßige Fellpflege erfordert viel Zeit und Geduld. Alle zwei bis drei Tage wird die Fellpflege empfohlen. Herkunft und Zuchtgeschichte Die Zucht der Peserkatze im heutigen Sinne nahm ihren eigentlichen Anfang in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts in England. Allgemein wurde bisher angenommen, dass die Peserkatze durch gezielte züchterische Selektion überwiegend aus Langhaarkatzen nah östlichen Ursprungs heraus gezüchtet wurde. Neueste wissenschaftliche Erkenntnisse der Genforschung jedoch können keine Verwandtschaft mit einer asiatischen Linie, wie die der Angora-Katze feststellen, sondern genetische Übereinstimmung mit der russischen langhaarigen Hauskatze, die im August 2014 auf dem 10. Weltkongress für angewandte Genetik in der Nutztierproduktion in Vancouver Das war vorgestellte umfangreiche, wissenschaftliche Studie der University of Missouri, Veterinärmedizin und Chirurgie, zeigte oft, dass die Peserkatze eine Zufallszüchtung aus Exemplaren der russischen Hauskatze war. Es wurden Langhaarkatzen zunächst ohne Rücksicht auf ihre Herkunft miteinander verpaart, jedoch nicht mit Kurzhaar, da man fürchtete, dieses könne in späteren Generationen wieder durchschlagen. Die ersten langhaarigen Katzen aus Kleinasien wurden Mitte des 17. Jahrhunderts über Nicolas-Claude Fabry de Piersk nach Frankreich eingeführt. Alfred Brehm führt das Langhaar der Angora-Katzen auf eine natürliche Anpassung an das raue Klima in ihrer Herkunftsregion zurück. Die Herkunft von bereits damals so bezeichneten Peser aus Persien war umstritten und wurde widerlegt. Die Vermutung Pietro de la Valle habe Katzen aus dem Khorasan, aus deren Region sich der Name Peser herleitet, mitgebracht, ist nicht zu belegen. Er selbst war nie dort. Der Begriff Peser etablierte sich erst mit Gründung der ersten Zuchtvereine GCCF und WCF und deren erstmaligen Zuchtstandards Anfang des 20. Jahrhunderts, in denen der Begriff Angora-Katze, bis dahin für langhaarige Katzen verwendet, nicht mehr vorkam. Die ersten Peser sind mit dem heutigen keinesfalls zu vergleichen. Sie erinnerten vom Typ her an die Angora-Katze. Der Zuchtstandard für die Peser-Katze erfuhr mehrfache Änderungen bis hin zum Peke-Face. Über die Jahre wurde die Katze kleiner, kurzbeiniger, die Stirn runder und der Gesichtsschädel immer kürzer, das Fell immer üppiger mit immer mehr Unterwolle. Um 1970 wurden in Amerika viele Massenzuchten aufgebaut, sehr zum Nachteil der Rasse. Da viele nicht gesundheitlich nachteilige Veränderungen durch den Verkauf der Katzen auch nach Europa kamen. Seit Anfang des 21. Jahrhunderts ist es vielen gewissenhaften Züchtern gelungen, typvolle, dem heutigen Rassestandard entsprechende, aber kerngesunde Peser zu züchten. Seitdem widmen sich auch einige Züchter neuen Farbschlägen wie Chocolate und Lilac. 1933 wurden in einem der Europa-Großen Katzenverbände die Rasse Exotic Shorthairs anerkannt. Sie entspricht im Typus und Charakter der Peser, nur zeigt sie ein kurzes Teddybärenfell. Viele Liebhaber der Rasse, die auf das typische Kindsgesicht nicht verzichten wollen, finden hier eine Art verwandte Rasse, bei der die Fellpflege um vieles leichter ist. Tierschutzbedenken Von verschiedenen Tierschutzorganisatoren werden die extremen Züchtungen der Peserkatzen verurteilt, da die zurückgesetzte Nase zu tränenden Augen, Entzündungen im Nasen- und Rachenbereich, Beschwerden bei der Nahrungsaufnahme und Problemen beim Atmen führen kann. Auch die Geburt ist oft problematisch und erfordert einen Kaiserschnitt. Eine weiße Fellfarbe kann genetisch mit Taubheit gekoppelt sein. Aussehen Standard Standard der Peserkatze Körperbau Groß bis mittelgroß Gedrungener Körper auf niedrigen, kurzen und stämmigen Beinen mit runden Pfoten. Zwischen den Zehen sind Tabüschel erwünscht. Die Brust und Schulter einer Peserkatze sollte breit, muskulös und massiv sein. Kopf, Form, rund und massiv gut proportioniert, sehr breiter Schädel. Dies kann zu Brachycephalie führen. Stirn Berundet Wangen Voll Nase Kurz Breit Mit deutlichem Stopp Der Stopp muss zwischen den Augen sein. Er darf weder oberhalb des oberen Augenlids noch unterhalb des unteren Augenlids platziert sein. Der Nasenrücken, wie auch der Nasenspiegel müssen breit sein. Nasenlöcher sind gut geöffnet, um einen ungehinderten Durchfluss der Luft zu ermöglichen. Es gibt aber auch Züchter, die den alten Typus mit langer Nase bevorzugen. Kinn Stark Kiefer Breit Und kräftig Ohren Klein Weit auseinanderliegend und niedrig am Kopf platziert. Die Spitzen sollten abgerundet sein. Schön sind lange Ohrbüschel. Punkt Color Point Die Color Point ist eine Farbvariante der Perserkatze, die durch Kreuzung von Siam- und Perserkatzen entstanden ist. Farblich ähnelt sie der Siam-Katze. Der Rassestandard entspricht bis auf die Färbung der Perserkatze. Geschichte Erste Kreuzungsversuche gab es in Schweden und in den USA in den 20er Jahren. 1935 wurde die erste Color Point in den USA geboren. Ende der 40er Jahre begann man in Großbritannien mit der zielgerichteten Zucht. Aussehen Ihr Fell ist am ganzen Körper hell, im Gesicht, am Schwanz und sonstigen markanten Stellen dominiert eine dunklere Farbe. Heutige Color Points haben durch weitere Züchtung einen charakteristischen runden, massigen Kopf und einen kurzen aber dicken Hals. Die Nase ist breit, die Ohren klein und nach vorne geneigt. Sie sind groß bis mittelgroß, ihr Körper baustämmig und gedrungen, der Schwanz sollte kurz und eppig sein.